Ich freue mich, dass ich jetzt das Mikrofon euch übergeben darf. Genau, als wir diesen Videolivestream aufgebaut haben, haben wir uns ein bisschen überlegt, was wir da für einen Namen wollen, in dem Sinne kreieren, für all die Video-Inhalte und so. Und da haben wir den Namen Zentrum Brücke TV erfunden, auch ein bisschen, weil wir es auf der FAG Homepage nicht so einbetten konnten, wie wir es wollten. Wir haben dann auch diesen Namen gemacht und eine Webseite dazu. Möglichkeiten, die wir durch das Zentrum Brücke TV haben, sind, dass wir den Gottesdienst auf Video und Ton im Nachhinein hören und schauen und dann in einem späteren Zeitpunkt auch live mitverfolgen. Natürlich sehen wir das als Möglichkeit, unsere Predigten oder unsere Botschaft von Jesus Christus rauszutragen und eigentlich durch das Internet in die ganze Welt zu verbreiten, sodass eigentlich alle Leute von der ganzen Welt, natürlich wir mit unserem Schweizerdeutsch, vor allem für die Schweiz, das können wir in der ganzen Schweiz rauszutragen. Wir sind plötzlich da. Wir sind diese Leute für die Gesellschaft. Wir sind diese Leute, das können wir in der ganzen Welt,